Moin Reis, ja neuer Tag, neues Glück, neues wie Fuschert. Kennt ihr noch Rudi Carell mit seinem legendären Spruch Grattroch bei uns in die Publikum und jetzt schon bei uns auf die Showbühne? Ja, so habe ich mich gestern Abend gefühlt, als ich darüber nachgedacht habe, dass heute ein Martin ist. Ich meine, wir hatten doch gerade Halloween und eigentlich hatten wir, naja, wie auch immer. Keine Sorge, wir werden kein Martinslied singen und auch nicht karnevalistisch tätig, werden. Wir haben ja was ganz anderes vor. Und bevor wir aber das vorhaben, was wir vorhaben, möchte ich mal Danke sagen, diese Möglichkeit ergreifen, ja, dem größeren Publikum mal einzelne Leute zu zeigen und Danke zu sagen. Danke Nummer 1 möchte ich an meine allerersten Fans sagen, an meine Eltern, Mama, Papa, der ist für euch, vielen Dank für alles und schöne Grüße in eure Richtung, jetzt beim Frühstück, weil ich habe es endlich mal wieder geschafft, früh aufzustehen und früh aufzunehmen, damit ihr das beim Kaffee gucken könnt. Weiter geht's. Danke an Anne und Friedhelm. Ihr macht das fast schon so ähnlich. Ihr schaut das auch gemeinsam an, ob beim Kaffee oder wann auch immer. viel Spaß an euch beide. Danke für euren Support. Ich muss mal eben gucken, ich habe so viel aufgeschrieben. Ja, meine beiden Damen zu Hause, die, wenn sie das sehen, vor Bescheidenheit im Boden versinken werden. Grüße an die liebe Conny, an die liebe Liliane und ja, eigentlich an alle, die das jetzt schauen, an alle, die bei unserer Aktion mitmachen, weil ihr tragt dazu bei, dass wir was für unsere Mitgliedsunternehmen, für die Reser-Wirtschaft, für unsere lokalen Unternehmen hier tun können. Deswegen vielen Dank und gleichzeitig auch nochmal Sorry und Danke an Bianca Wawa, weil die hatte ich nicht fälschlicherweise vorgelesen am Samstag als Gewinnerin, sondern da hat sich ein Namendreher unter die Telefonnummer eingeschlichen. Meine Schuld. Ich habe aber gesehen, du hast es dir möglich gemacht, drei Chancen zu erarbeiten. Deswegen drücke ich hier auch nochmal die Daumen von meiner Seite. Dann möchte ich meinen Dank weiter formulieren an die Gisela Beeren vom Wirtschaftsforum in Rees, die unermüdlich alles postet, alles in Richtung Pressearbeit macht. Nochmal vielen Dank von meiner Seite und weil ich gerade auch hier drauf klopfe, vielen Dank an meine Wohlstandskollegen, die das alles möglich machen. Und ein besonders großer Gruß und Dank an unseren Kollegen, den Karsten Ruhlauf. Karsten, ganz besonders für dich. Er wird wieder gesund. Komm bald zurück. Wir freuen uns und denken dich. Ja, das ist das Stichwort. Welches? Naja, mitmachen. Ihr könnt alle mitmachen. Und in der aktuellen Zeit ist das, glaube ich, so der Schlüsselbegriff, das Stichwort, bevor wir lange lamentieren. Etwas tun ist wichtig. Da hat das Wirtschaftsforum auch ein interessantes Video zum Thema Motivation auf die Strecke gebracht, weil das Kleinste, was wir tun, das aus unserer Sicht so unwichtigste, das kann Steine ins Rollen bringen. Und das versuchen wir jetzt mal mit unserer Hello Martin Nikolaus Adventsaktion. Und weil heute sozusagen ein doppelter Feiertag ist, Martin, St. Martin und natürlich auch Karneval, habe ich mich vorhin so beim Frühstück entschlossen, ich haue noch einen dritten Gewinn raus. Wir verlosen heute drei Gutscheine. Und mal gucken, was da passiert. Ihr kennt das, Papa-Schlumpf-Mütze. Ihr kennt das, Vicky-Die-Wickerin-Mütze. Hier sind heute 28 Teilnehmer drin. Und hier sind immer noch 16 Gutscheine drin, unsere Mitgliedsunternehmen. Ich zähle sie nicht auf. Ich greife hier rein, wuschel, wuschel, wuschel. Vorher nehme ich meine Karten mit. Ihr wollt ja gleich noch wissen, wo es hingeschickt wird und so. Also, erster Gutschein. Erster Gutschein. Erster Gutschein. Ha! Das Strandhaus Sohnsfeld an der B8 zwischen Meerhoog und Halter. 15 Euro Gutschein habe ich bei der Heike Schwarzkopf am vergangenen Freitag geholt. Kurz vor dem Lockdown. Und wer kriegt das Ding? Reifen gleich hier rein. Hoppla! Da ist doch glatt einer rein und rausgefallen. Ich halte es nicht ganz so stark. So könnt ihr noch was sehen. Und jetzt haben wir hier einen Gewinner. Oder eine Gewinne. Zack, zack, zack. Wen klappen wir hier auf? Der Sven Butgereit geht zum Strandhaus Sohnsfeld Essen. Herzlichen Glückwunsch, Sven. Wir haben uns schon mal kennengelernt in der Frühjahrsaktion. Deswegen weiß ich, wo du wohnst. Nicht, weil ich Siziliener bin. Und komm vorbei heute und überreiche dir den Gutschein von unserem Mitglied Strandhaus Sohnsfeld in Höhe von 15 Euro. Herzlichen Glückwunsch, Sven. So, dann geht es weiter. Nummer 2. Zack, was haben wir hier? Das Kernwasser Wunderland begrüßt euch. Entweder zum Essen oder zum Karussellfahren oder beides. Das dürft ihr entscheiden. 15 Euro auf die andere Reinseite. Nein, von der anderen Reinseite. Und wer geht da hin? Mach mal hier. Wen haben wir hier? Kernwasser Wunderland ist der Gutschein. Steffi Baum. Steffi Baum erhält einen Gutschein vom Kernwasser Wunderland in Höhe von 15 Euro. Herzlichen Glückwunsch an die Steffi. So, und jetzt Trommelwirbel, weil heute St. Martin, heute auch Karnevalsstart. Deswegen die dritte. Person, die heute was gewinnt. Nur heute drei gewinnen. Zack. Und wen haben wir hier? Gucken wir mal. Das Restaurant Mühlenhof. Auch, ich sag mal, auf dem Weg zum Kernwasser Wunderland in Kalkanida-Mörmta. Unser Mitglied. 15 Euro. Wer fährt da hin? Letzter Gewinner. Letzte Gewinnerin heute. So, was haben wir da? Ops, nicht umfallen. Wen ziehen wir? Katja Wohlbrink. Die war doch schon am Samstag Gewinnerin. Tolles Beispiel. Es lohnt sich, hier mitzumachen. Kann ja nichts dafür, dass ich sie ziehe. Und Katja kann ja auch nichts dafür, dass sie nochmal mitspielen möchte, weil unser sizilianischer Notar hat gesagt, man kann immer mitmachen. Auch ein paar Minuten noch vor der Ziehung. Habe ich nämlich vorhin noch ein paar Teilnehmer bekommen. Deswegen Katja Wohlbrink fährt zum Mühlenhof auf die andere Reinseite nach Kalkanida-Mörmta. Herzlichen Glückwunsch an Katja. Herzlichen Glückwunsch an Steffi. Und herzlichen Glückwunsch an den Sven. Drei Gewinner der VIFO-Hello-Martin-Nikolaus-Advents-Aktion. Zum Abschluss vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Ab sofort, ab sofort gilt, schickt mir eure WhatsApp. Warum? Weil ich am Samstag wieder ziehe. Also heute ist Mittwoch, habt ihr noch ein bisschen Zeit. Aber schickt uns eure Hunger oder Durst oder beides WhatsApp, damit wir wissen, dass ihr mitmachen wollt. Und dann kommt ihr in den großen Helm. Und dann kann ich euch ziehen. Ihr schickt bitte eure WhatsApps an meine Telefonnummer 0163-700-7676. 0163-700-7676. Inhalt, Hunger oder Durst oder beides. Vielen Dank an alle. Ich wünsche euch einen schönen Martinstag oder einen schönen Karnevalstag oder einfach nur einen schönen Elften. Seid lieb, bleibt gesund und genießt den Tag. Euer Wirtschaftsforum Rees. Bis Samstag. Ciao. Ciao. Vielen Dank.